Täglich verschwinden in Deutschland Menschen und das kann dir und mir genauso passieren. Wenn dich nämlich die Strafjustiz einmal in ihre Fänge bekommen hat, dann gibt sie dich nicht so schnell wieder her. Stellen wir uns einfach mal vor, es gibt einen ungerechtfertigten Vorwurf. Irgendjemand behauptet etwas gegen dich. Er behauptet einen Betrug oder eine Steuerhinterziehung. Es wird dir irgendwas vorgeworfen. Irgendjemand behauptet, er hätte dich bei einer Schlägerei erkannt, bei der jemand schwer verletzt wurde oder bei einer Messerstecherei. Oder irgendjemand erfindet, dass du mit Betäubungsmittel Handel treibst in großen Mengen. Dann wird irgendwann die Polizei bei dir vor der Tür stehen und die haben dann einen Durchsuchungsbeschluss dabei. Dann wird deine Wohnung auf den Kopf gestellt und komplett durchsucht. Du wirst bloßgestellt vor den Nachbarn, vor deiner Familie. Und dann nimmt das Unrecht schon langsam seinen Lauf. Dann passiert nämlich oft, dass die Polizei sagt, ja jetzt fahren wir erstmal zur Wache. Dann geht es erstmal mit zur Polizei. Und da ist schon die erste Katastrophe. Niemand ist verpflichtet, dann in der Situation mit zur Polizei zu fahren. Es ist nicht so wie im Krimi, dass der Täter gesteht und dann wird sofort festgenommen und geht sofort in Haft. Sondern, du bist ja ein freier Mensch. Wenn die Polizei dich bei dir durchsucht und es gibt einen Tatvorwurf, dann kannst du ja weiterhin tun und lassen, was du möchtest. Wenn die Polizei dich zur Polizei mitnehmen möchte, dann brauchen die dafür eine Rechtsgrundlage. Zum Beispiel die vorläufige Festnahme. Und die vorläufige Festnahme ist nur unter strengen Voraussetzungen möglich. Zum Beispiel, wenn Flucht oder Fluchtgefahr bestehen oder Wiederholungsgefahr oder Verdunklungsgefahr. Meistens wird dann einfach lapidar gesagt, ja, es steht eine schwere Straftat im Raum. Meistens ist dann irgendwie ein Handeltreiben mit Betäubungsmitteln nicht geringer Menge oder ein Sexualdelikt oder was auch immer. Und dann heißt es, ja es steht eine schwere Straftat im Raum, die auch schwere Strafe nach sich zieht. Also eine mehrjährige Freiheitsstrafe vielleicht. Und eine mehrjährige Freiheitsstrafe, da würde ja jeder flüchten und deswegen indiziert die hohe Freiheitsstrafe die Fluchtgefahr. Das ist so die Standardausrede, die einfach nicht zutrifft. Aber die wird immer hergenommen. Du sitzt also bei der Polizei. Du sitzt bei der Polizei und dann kommt die Staatsanwaltschaft ins Spiel. Die beantragt dann tatsächlich Haftbefehl, während du bei der Polizei sitzt. Das heißt, du musst dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden und der Ermittlungsrichter wird entscheiden, ob du in Untersuchungshaft gehst oder ob du wieder nach Hause gehen kannst. Wenn du dem Ermittlungsrichter vorgeführt wirst, musst du einen Verteidiger haben. Das heißt, da brauchst du einen Anwalt. Wenn du jetzt ein unbescholtener Bürger bist und noch nicht viel mit Anwälten zu tun hattest, zum Glück, dann wird dir wahrscheinlich keiner einfallen. Oder wüsstest du jetzt, wer in Deutschland ein guter Strafverteidiger ist und wer nicht. Das heißt, du sitzt bei der Polizei oder beim Ermittlungsrichter oder bei der Staatsanwaltschaft und weißt keinen Anwalt. Und wenn dir die Polizei dann eine Liste vorlegt mit 30 Anwälten, von denen du dir einen aussuchen kannst, aus einer Liste, dann wird dir das jetzt wenig weiterhelfen, wer jetzt fähig ist und wer nicht. Und wenn du dir dann keinen auswählen kannst, niemanden erreichst oder keinen aussuchen möchtest, weil du nicht weißt, wen du nehmen sollst, dann wird dir das Gericht einen Pflichtverteidiger bestellen und das Gericht wird dann auswählen. Das heißt, dann kriegst du einen Pflichtverteidiger, den dir das Gericht ausgewählt hat. Heißt, in der Situation gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst dir selber einen aus, von dem du keine Ahnung hast, ob er gut ist, oder das Gericht wählt den Pflichtverteidiger aus. Das heißt, das Gericht wählt deinen Anwalt aus. Bedeutet, das Gericht sucht sich seinen Gegner selbst aus. Ja, und wie wird die Wahl denn dann wohl getroffen werden? Also leider ist es dann häufig so, dass das Gericht dann eben die Anwälte nimmt, die die wenigste Gegenwehr liefern. Das heißt, der Anwalt, der bequem ist fürs Gericht, der Geständnisse liefert, der seinen Mandanten dazu rät, dass sie Geständnisse ablegen, dass sie nicht in Rechtsmittel gehen, dass sie keine Berufung einlegen, die keine Beweisanträge stellen, die homogen und ohne Widerstände verteidigen, die Anwälte werden leider dann in solchen Fällen hin und wieder ausgewählt. Dann hast du aber noch eine andere Chance. Und da wird es interessant, auch für uns, aber auch traurig. Deine Angehörigen, deine Eltern, deine Ehefrau, deine Bekannten, die sind ja draußen. Die sind in Freiheit und die haben einen Computer. Und die können sich informieren, die können rumfragen, die können nach Erfahrungen fragen, die können mit Anwälten telefonieren, die können recherchieren. Und deine Bekannten und Angehörigen, die können dir einen Anwalt aussuchen. Und da beginnt das Trauerspiel. Du sitzt ja noch beim Ermittlungsrichter. Du sitzt beim Ermittlungsrichter und der entscheidet, er geht Haftbefehl oder er geht kein Haftbefehl. Der Ermittlungsrichter, sagen wir mal, er lässt einen Haftbefehl. Das heißt, du gehst in Untersuchungshaft. Du gehst in Haft. Du gehst nicht nach Hause, sondern du bleibst jetzt im Gefängnis. Bis zu deiner Anklage, bis zu deiner Verhandlung, mindestens. Das heißt, auch da hast du keine Chance, dann irgendwie einen Anwalt zu kontaktieren, schnell. Und das Dramatische ist dann, wenn gegen dich ein Haftbefehl ergeht, dann ergeht meistens auch ein Beschränkungsbeschluss. Das heißt, wenn du in Untersuchungshaft sitzt, dann kannst du dort nicht einfach telefonieren und du kannst nicht einfach besucht werden, sondern jeder, der dich besucht. Telefonate gibt es sowieso keine in der Regel, aber jeder, der dich besucht, der braucht eine Besuchserlaubnis. Das heißt, deine Mutter, deine Ehefrau, deine Freunde können nicht einfach zu dir ins Gefängnis fahren, zu den Besuchszeiten und mit dir sprechen, sondern jeder Einzelne muss bei der Staatsanwaltschaft beantragen, dass er dich besuchen darf. Und da gibt es dann Prüfungen und dann wirst du überprüft. Hast du damit irgendwas zu tun? Gibt es da irgendwelche Probleme? Wenn du jetzt den besuchst, du musst deinen Ausweis vorlegen. Das wird alles kontrolliert. Und wenn deine Freunde und deine Angehörigen, deine Eltern dich besuchen im Gefängnis, dann sitzt ein Polizist dabei oft und hört zu. Jedes einzelne Wort. Wenn deine Angehörigen, deine Eltern, deine Freunde dir Briefe schreiben, dann werden die gelesen. Jeder einzelne Brief wird geöffnet, die Staatsanwaltschaft liest es, wird wieder verschlossen und geht an dich. Es wird alles kontrolliert. Auch von Anwälten. Auch wenn jetzt ein Anwalt dir einen Brief schreibt, der noch nicht dein Verteidiger ist, den du noch nicht beauftragt hast, dann wird dieser Brief erstmal von der Staatsanwaltschaft gelesen. Das heißt, es dauert zwei, drei Wochen, bis dieser Brief überhaupt bei dir ist. Weil der Brief geht erstmal an die Staatsanwaltschaft und dann zu dir. Das heißt, du sitzt im Gefängnis und hast nur, wenn du Pech hast, deinen Pflichtverteidiger, den dir das Gericht ausgewählt hat. Und wenn deine Ehefrau, deine Bekannten oder deine Eltern dir jetzt einen anderen Anwalt gesucht haben, einen teureren, besseren, was auch immer, dann muss dieser Anwalt erstmal an dich drankommen. Und auch dieser Anwalt braucht erstmal eine Besuchserlaubnis von der Staatsanwaltschaft. Das heißt, der beantragt dann bei der Staatsanwaltschaft erstmal eine Besuchserlaubnis. Und das dauert. Da kannst du als Anwalt nicht einfach so am nächsten Tag reinfahren und die Person besuchen, sondern wenn du da bei bestimmten Staatsanwaltschaften die Besuchserlaubnis beantragst, dann dauert das mal ein, zwei Tage. Und telefonische Erreichbarkeit ist eh immer schwierig bei den Staatsanwaltschaften, aber bis du die tatsächliche Besuchserlaubnis hast als Anwalt, können zwei, drei Tage vergehen. Es kann auch genauso passieren, dass die Staatsanwaltschaft dann uns Anwälten schreibt, ja, wer hat sie denn beauftragt? Das kannst du ja bekannt geben. Und manche Staatsanwaltschaften machen es ganz geschickt, die schreiben dann, ja, wir haben ja keine Anhaltspunkte, dass du, dass der Angeklagte, der Beschuldigte, dass der überhaupt von dir Anwalt besucht werden möchte. Deswegen werden wir den jetzt erstmal fragen. Und das dauert. Das heißt, du sitzt, und das ist der Skandal, du sitzt drei, sieben, vierzehn Tage im Gefängnis ohne Kontakt zu einem Anwalt, den du dir selbst aussuchen kannst, weil die Staatsanwaltschaft blockiert. Du sitzt ein, zwei Wochen vielleicht in Haft, ohne dass ein Anwalt, den dir deine Eltern oder deine Angehörigen ausgesucht haben, an dich drankommt, weil es die Staatsanwaltschaft verhindert. Noch schöner geht es ja teilweise vorher los, dass niemand herausfindet, wo du dich eigentlich befindest. Wenn du volljährig bist, dann werden nicht pauschal deine Eltern informiert oder deine Ehefrau oder irgendwelche Bekannten, wo du dich aufhältst. Du hast zwar das Recht, dass eine Person informiert wird, aber wenn dir jetzt jemand anderes einen Anwalt organisieren möchte und dieser Anwalt möchte an dich rankommen, dann findet man dich ja schon nicht, weil die Polizei sagt, wir dürfen leider keine Auskunft geben, wo er sich aufhält. Und bei der Staatsanwaltschaft ist es dasselbe. Das heißt, du wirst abgeschirmt. Du sitzt in Untersuchungshaft unschuldig. Du bist ja nicht verurteilt, es gilt die Unschuldsvermutung. Du sitzt ohne rechtskräftiges Urteil im Gefängnis, verlierst vielleicht deinen Beruf, deine Wohnung, deine Familie und sitzt monatelang im Gefängnis. Und die ersten wichtigsten paar Tage, vielleicht sogar Wochen, wirst du abgeschirmt. Und es kommt kein Anwalt an dich dran, wenn es schlecht läuft. Und das ist der Skandal. Und dann wird es ja noch schöner. Es gibt einen Haftbefehl, der besteht. Und dagegen kannst du zum Beispiel mündliche Haftprüfung beantragen. Das heißt, dann hast du ein Recht, dass das Ermittlungsgericht nochmal darüber entscheidet, ob der Haftbefehl aufrechterhalten bleibt oder nicht. Innerhalb von zwei Wochen. Das heißt, wenn man mündliche Haftprüfung beantragt, dann kann es nochmal zwei Wochen dauern, bis dann ein Gericht entscheidet. Und in der mündlichen Haftprüfung läuft es dann oft folgendermaßen ab. Ja, also wenn du jetzt hier und jetzt ein Geständnis ablegst, dann können wir schon darüber diskutieren, dass man den Haftbefehl dann außer Vollzug setzt. Das heißt, wenn du jetzt hier und heute gestehst, dann kommst du raus. Wisst ihr, wie man das nennt? Erpressung und Foltern. Das heißt, es wird dann mehr oder weniger deutlich in vielen Fällen mitgeteilt, ja, also wenn du ein Geständnis ablegst, dann kommst du heute raus. Wenn du weiterhin schweigst, die Aussage verweigerst, dann bleibst du eben bis zur Hauptverhandlung in Untersuchungshand. Das heißt, dann bist du drei, sechs oder neun Monate von der Bildfläche verschwunden. Mit wenig Kontakt nach außen und bist deine Arbeit, deine Wohnung, wenn du Pech hast, deine Familie los. Und das ist der Skandal. Weil, ich habe es schon in einem früheren Video mal mitgeteilt, der Großteil aller Haftbefehle ist rechtswidrig. Weil der Haftgrund der Fluchtgefahr faktisch sehr selten gegeben ist und viel häufiger angenommen wird, als er tatsächlich besteht. Und da gibt es den perversen Satz in Justizkreisen, U-Haft schafft Rechtskraft. Das heißt, Untersuchungshaft führt dazu, dass es rechtskräftige Urteile gibt. Und das ist nichts anderes als Folter. Weil, also bevor ich neun Monate in Haft bleibe, auch wenn ich am Schluss freigesprochen werde, ist es natürlich nachvollziehbar, wenn jemand darüber nachdenkt und sagt, ja, ja dann gestehe ich es halt. Dann kriege ich vielleicht zwei Jahre auf Bewährung, aber ich kann heute raus. Und mit zwei Jahren auf Bewährung, auch wenn ich unschuldig bin, kann ich besser leben, als mit neun Monaten Freiheitsstrafe, Freiheitsstrafe, also faktische Freiheitsstrafe, neun Monaten Gefängnis und am Schluss werde ich freigesprochen. Das ist durchaus ein nachvollziehbarer Gedankengang. Und das ist das Irre. Das ist das Irre an dieser Sache, an dem deutschen System von Untersuchungshaft.